Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Herthi YouTube Channel. Heute geht es wieder um mein Wollprodukt. Es geht nämlich um diesen speziellen Deckel. Er heißt Diamond Active Light und ist für aktives Kochen und Dünsten und gefertigt aus gehärtetem Sicherheitsglas. Dieser Deckel verfügt über einen Schließ- und Öffnungsmechanismus, der ziemlich einzigartig ist und gut funktioniert. Wir haben nämlich hier einmal diese roten Schiebeflächen, die man reindrücken kann. Dadurch öffnet sich hier außen, man sieht es, das Metallteil. Dann kann der Deckel ganz leicht entnommen werden und wenn man weiterhin drauf drückt und wieder hier in diesen Griff das rein führt, kann man es dann loslassen und es zieht sich fest und der Deckel sitzt fest obendrauf und wackelt auch nicht oder ähnliches. Genau dafür ist dieser Schließmechanismus da. Das Ganze noch mal im Detail. Hier der Griff im Detail sieht relativ ähnlich aus wie ein anderer Griff von Woll. Allerdings ist hier halt noch diese hier unten ein Schlitz sage ich mal drin, wo eben genau dieses Metallteil dann reinkommen kann. Ansonsten natürlich auch festgeschraubt und sehr stabil am Topf angebracht. Dazu noch mal im Detail der Deckel natürlich mit Woll-Logo. Hier haben wir noch ein Permanentventil mit Silikonkappe. Das ist dafür da, dass ein ständiger Druckausgleich herrscht. Das sieht man auch, wenn man es umdreht geht es ein bisschen raus. Und genau hier noch mal die Metallteile. Hier sieht man diesen Haken, womit sie sich da einhaken. Hier das Ganze noch mal von unten. Genau das ist der Mechanismus hier. Hier das Ganze noch mal von unten. 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 Vielen Dank.